Unsere Firma CGTEC ist ein mittelständischer Familienbetrieb mit 45 Mitarbeitern. Wir sind im Jahr 2006 umgezogen von Gunzenhausen nach Spalt, hier auf die grüne Wiese. Dort wo andere Urlaub machen, dürfen wir arbeiten und unser Ziel ist es, nicht nur Standardprodukte herzustellen, sondern komplette Bauteile inklusive verkleben, bohren, fräsen. Wir wollen unsere Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern begleiten. Auch während des Jahres werden unsere Kunden optimal betreut, besucht und auch zu uns ins Haus eingeladen zu verschiedenen Kundenevents. Das erreichen wir nur durch unsere gut ausgebildeten, hochmotivierten Mitarbeiter, auf die wir auch sehr stolz sind. CarbonScout ist der Onlineshop der Firma CGTEC. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Produkte just in time zu liefern. Just in time bedeutet innerhalb von zwei Werktagen. Unser Portfolio sind Rohre, Stäbe, Platten aus Carbon und Glasfaser. Im Shop haben wir hier so ca. 1000 Artikel. Wir befinden uns hier in der Abteilung Pultrosion. Wir fertigen hier Stäbe aus Carbon, Glasfaser und Basaltfaser in den Durchmessern 1 mm bis 30 mm. Diese Stäbe finden Anwendung in der Antennen und in der Kabelindustrie. Wir sind hier in der Rohrfertigung. Wir sind in der Lage, auf die verschiedensten Kundenwünsche individuell und flexibel einzugehen. Wir sind auch in der Lage, verschiedene Faserwinkel aufzubauen und die verschiedensten Werkstoffe miteinander zu kombinieren. Für uns als mittelständisches Unternehmen ist es eine große Ehre, beim Spitzencluster My Carbon dabei zu sein und durch unsere Projekte die Realisierung der Großserientauglichkeit voranzubringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017